Brassidas war ein spartanischer Feldherr, der in der ersten Hälfte des Peloponesischen Krieges wirkte, Leben. Brassidas stammte aus einer angesehenen spartanischen Familie. Sein Vater war Telles der 421 V. C.H.R., den Nikias Frieden mit Schwer, seine Mutter Agileonis. Im Krieg operierte er sehr erfolgreich als Feldherr. Er fungierte in der Frühphase des Krieges als Berater. Für die Entsetzung mit Wands wurden ihm hohe Ehrenzuteil. Er wurde 431 V. C.H.R., relativ jung Eponymae vor. Gegen den Widerstand einflussreicher Kreise in Sparta, die eine Verständigung mit Athen anstrebten, sprach er sich für ein Bündnis mit Makedonien aus. 429 V. C.H. beriet er den Nauarchen Knemos bei der zweiten Seeschlacht von Nau-Paktos und einem Überfall auf Salamis. 427 den Nauarchen Eikias während des erfolglosen Versuchs der Besetzung von Kerküra. Als Trier-Artsch nahm er 425 am Kampf gegen den neuen athenischen Stützpunkt Pylos teil. Im Jahr 424 V. C.H.R. griff er von Korinth aus in den Kampf um Megare ein und rettete die Stadt vor einem Angriff Athens. Anschließend marschierte er mit einem Heer von 1700 Mann davon 700 Heloten und der Rest Söldner nach Trakien, um dort Athens Versorgung mit Getreide aus der Schwarzmeerregion zu bedrohen. Im Winter 424 423 V. C.H.R. gelang ihm die Einnahme der athenischen Kolonie Amphipolis am Strimon eines für Athen wichtigen Stützpunktes. Er schlug maßvolle Bedingungen zur Übergabe vor. So sollten alle Bürger ihren Besitz behalten dürfen oder mit ihrem Besitz abziehen dürfen. Diesen Verlust musste der zur Verteidigung Amphipolis von der Insel Tazor herbei eilen des Trätigos Tukydides, der nicht rechtzeitig vor der Übergabe eintraf und nur die nahegelegene Hafenstadt eilen sichern konnte, später mit Verbannung büßen. Bei der für die Spartaner siegreichen Schlacht von Amphipolis 422 V. C.H.R. kamen Brassidas und sein athenischer Gegenspieler Kleon ums Leben, was den Weg für den Nikiasfrieden von 421 V. C.H.R. freimachte. Die Amphipoliten bestatteten den Gefallenen innerhalb der Mauern. Sie betrachteten ihn als den zweiten Gründer ihrer Stadt und verehrten ihn mit Spielen und kultischen Feiern als Heros und Retter. Tukydides schildert Brassidas als tatkräftig, gerecht und maßvoll. Sein ihm vorauseilender Ruf erleichterte es ihm daher erheblich die Verbündeten Athens zum Abfall zu bewegen, insbesondere wenn er erklärt, dass er angeblich gesandt sei, Hellas zu befreien. Brassidas war auf Ausgleich bedacht, um so die Eingliederung der eroberten Gebiete zu erleichtern. So schilderte Tukydides die Einnahme der Stadt Torone. Als es nun Tag geworden und Brassidas die Stadt fest in seiner Hand hatte, schickte er einen Herold an die mit den Athenern geflüchteten Torone. Wer wolle, dürfe ungefährdet in seinen Besitz und in seine bürgerlichen Rechte zurückkehren. Er versammelte auch die Torone und redete ähnlich wie in Akantos. Es sei nicht recht, die Männer, die ihm zur Einnahme der Stadt geholfen hätten, zu verachten und als Verräter anzusehen. Sie hätten das ja nicht zur Knechtung oder für Geld getan, sondern zum Guten und für die Freiheit der Stadt. Ebenso wenig solle man aber die Unbeteiligten nun von der Gleichberechtigung ausschließen wollen. Er sei nicht gekommen, irgendeine Stadt oder einen Bürger zu verderben. Deswegen habe er auch sein Anabiten denen melden lassen, die sich zu den Athenern geflüchtet, weil er sie nicht um jener Freundschaft willen verachte. Die Eigenschaften von Brassidas als Feldherr und sein persönliches Verhalten während der Schlacht wird von Tukydides sehr positiv beschrieben. Sein Durchdachterplan und seine persönliche Tapferkeit steht in scharfem Kontrast zu dem, wie Tukydides Kleon beschreibt, den der Geschichtsschreiber allerdings auch allgemein negativ betrachtete.